Das Fürsteneckfeeling ist, denke ich, für mich wie auch für andere oft, dass man hier wirklich mal rauskommt. Dass man den Alltag hinter sich lässt und hier eine Zeit verbringen darf und so sein, wie man ist. Also, man hat hier seine kleine Folk-Familie, wo auch jeder willkommen ist und man kann das einfach nicht besser beschreiben. Das ist wie nach Hause kommen. Hallo, mein Name ist Teresa Tamoschus. Wir sind hier auf der Burg Fürsteneck und hier findet gerade das 16. Irish Folk-Wochenende statt. Da drin sind die Kurse. Kommt doch einfach mal mit. Wir haben uns dieses Jahr zum ersten Mal gemeinsam vorgenommen, einen Song über alle Kurse hinweg zu arrangieren. Dieser Song heißt The Rambling Rover. Wir werden ein Zwischenspiel dafür komponieren und werden versuchen, dass wir alle Kurse einbeziehen, um am Schluss als großes Folk-Orchester dann das Ganze aufzuführen. Oh, der ist so, man, man, and plenty, and ruckers, man, and twenty. There are men of over ninety, who have never kissed a girl. Auf die Kier Rambling Rover. They are we now to go, but we will roam the country. Oh, we're untie-gir, we'll face the world. The Rambling Rover is a well-known song back in Scotland, and it was written by Andy M. Stewart, who was well-known as the singer from Silly Wizard. Schöner wäre allerdings, wenn man sich selber eine jig-artige Melodie ausdenken könnte. Wir haben uns die Arbeiten so ein bisschen aufgeteilt. Der Gesangskurs macht einen Chorsatz, der Ensemblekurs komponiert ein Zwischenspiel. Der Teen-Fox-Workshop ist total einzigartig in Deutschland, dass Jugendliche aus ganz Deutschland zusammenkommen, die richtig Lust auf irische Musik haben. Und wir arbeiten dann gemeinsam ganz intensiv an Arrangements, an einzelnen Tunes, an Musiktheorie. Und wir machen das alles zusammen mit viel Spaß. Das ist ein sehr ganzheitlicher Kurs. Man belegt natürlich einen Kurs, in dem man sich gewissermaßen spezialisiert auf ein Instrument oder auf Singen oder auf Arrangieren. Aber man kann von allem was mitnehmen. Wir machen am Rand noch irischen Tanz. Neben den Workshops mit unseren engagierten Dozenten findet auch abends immer noch ein vielfältiges Programm statt. Zum Beispiel gibt es ein teilnehmenden Konzert. An einem Abend zeigen die Dozenten, was sie so drauf haben und wo man als Teilnehmer vielleicht mal landen möchte. Und wir machen die Dozenten, was sie so drauf haben. Man fühlt sich immer als wäre keine Zeit dazwischen vergangen und man sitzt dann wieder da und spielt diese Musik gemeinsam. Und ich glaube, das ist für uns alle ein Höhepunkt im Jahr. Ja, mein Gott. Ja, das war's. Musik Es war wieder großartig wie immer und man geht immer mit einem lachenden, einem weinen Auge. Man wird sofort mit in die Gruppe integriert und kann sich gut austauschen und das ist ganz toll. Es ist überwältigend und es trägt mich eine ganz lange Zeit im Jahr fort. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020